Ich verrate dir heute meine Lieblings-Rollon-Mischung mit dem Namen I am Magic. Ja, diese Öl-Mischung unterstützt dich dabei, einfach in deine Selbstliebe zu kommen, dich wertvoll zu fühlen. Es schenkt Geborgenheit, Sicherheit und hilft dir einfach, deinen authentischen Weg zu erkennen. Arterische Öle dringen sofort durch unser limbisches System, dort wo unsere Erinnerungen sitzen, dort wo Gefühle sind. Sie regulieren Ängste und unsere Stimmung. Also allein durch das Einatmen dieses Duftes kannst du ganz, ganz viel Unterstützung bekommen. Und überall wo ich bin, fragt man mich, du riechst so gut, was ist das für ein Parfüm, was hast du da aufgetragen und jetzt verrate ich es dir. Also, du brauchst einen leeren 10 Milliliter Rollon, du brauchst das fraktionierte Kokosöl von doTERRA, das ist Trägeröl, dann Muscatella Salbei, das Clarice Sage, Pfefferminz, Ylang-Ylang, Siberian Fear, Sibirische Tanne, Bergamot und Grape Free. Und es ist ganz, ganz einfach, du nimmst einen leeren Rollon, dann gibst du 4 Tropfen Clarice Sage, einfach da rein tropfen, 4 Tropfen Pfefferminz, dann 2 Tropfen Ylang-Ylang-Ylang und wieder 4 Tropfen Siberian Fear, 4 Tropfen Bergamot und noch 5 Tropfen Grape Free. Mehr Informationen zu den einzelnen Ölen findest du auch auf meiner Homepage, auf der Startseite im Suchfeld. Dort kannst du einfach den Namen des Öls eingeben und ich habe dir da die emotionale und seelische Beschreibung des Öls einfach aufgeschrieben, dass du das auch verstehst, diese Mischung ist MAGIC. Dann füllst du den Rest auf mit fraktioniertem Kokosöl. Verschließt das Ganze, da gut schauen, dass es Klick macht, genau. Jetzt machen wir den Deckel noch nicht zu, weil ich zeige dir jetzt, wie du das anwenden kannst. Doch, ich mache den Deckel jetzt zu, weil das wird ein Geschenk. Genau, ich nehme meinen YOU ARE MAGIC-RONO. Also, du kannst es seitlich des Halses auftragen, über dem Herzen, an den Handgelenken. Und was ich auch ganz gerne mache, ich mache mir da ein Herz auf die Handinnenfläche, verreibe das und atme das ein. Tief einatmen und genießen, was ich dann auch noch gerne mache, ist, dass ich mir den Rest noch ein bisschen seitlich des Halses und auf den Nacken streiche. Und das machst du so oft, wie du möchtest. Achtung, Suchtgefahr!